Wir sind nah am Kunden. Wir reagieren auf Bedürfnisse sofort. Wir bauen um, um auf die Wünsche unserer Kundinnen und Kunden eingehen zu können. Jetzt gerade in der Division PKMB. Wir helfen neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Division, sich bei uns einzuleben. Wir haben einen neuen Namen. Wir agieren regional. Wir ordnen unsere Kundinnen und Kunden neu zu, um die Betreuung noch individueller zu gestalten. Wir verdienen uns das Vertrauen unserer Kundinnen und Kunden. Ein Vertrauen, das nicht auf das Versprechen, sondern auf dessen Erfüllung baut. Das ist ein Vertrauen. Das ist ein Vertrauen. Das ist ein Vertrauen. Das ist ein Vertrauen. Das ist ein Vertrauen.